Herzlich Willkommen hier zu einem neuen Video. Mein Name ist Hendrik und heute möchte ich dir erklären wie du im Winter oder auch generell sehr erfolgreiche Dates haben kannst und ich werde dir in dem Video eine allgemeine Struktur mit an die Hand geben, damit du weißt wie du ein Date bestmöglichst strukturiert um erfolgreich zu sein und ich werde dir dann auch noch Beispiele geben speziell für den Winter. Deswegen ein sehr wichtiges Thema weil es viele Männer da draußen gibt die die ersten Schritte gemeistert haben sprich sie schaffen es Frauen im Alltag selbstbewusst anzusprechen bekommen die Telefonnummer bekommen die Date-Zusage und ich kann mich gut erinnern als ich damals in der Situation war ich habe das für mich gemeistert dass ich im Alltag gute Kontakte gewinnen konnte ich hatte dann Dates aber die Dates sind oft im Sande verlaufen zumindest am Anfang und vielleicht kennst du das auch dass du eine Frau die du erst kennengelernt hast auf ein Date hast und aus dem ersten Date wird nichts es verläuft sich einfach im Sande es kommt nie zu der Verführung es kommt nie zum Sex es kommt nie dazu dass die Frau auf ein zweites Date bewegst oder eben in eine Beziehung bekommst und das hängt sehr häufig damit zusammen dass du in dem Fall dann keine gute Struktur hast weil ein dummer Gedanke wäre es zu sagen okay ich schau einfach mal was passiert ich lass es einfach mal auf mich zukommen wird schon irgendwie ein cooles Date sein und dann steht man oft an dem Punkt dass nicht die richtigen Emotionen in der Frau auftauchen dass du vielleicht die falschen Aktivitäten machst zu früh versuchst die Frau in deine Wohnung zu bekommen um sie zu verführen oder es zu spät macht oder gar nicht probierst und wenn du eine klare Struktur in deinem Kopf hast und einen klaren Ablauf wie das im besten Fall ablaufen kann dann wirst du da deine Quote enorm verbessern so dass du dementsprechend auch erfolgreiche Dates hast also ich werde dir jetzt mal ganz kurz vier wichtige Elemente geben wie eine clevere Struktur zu einem guten Date aussehen sollte Element Nummer eins ist dass du das Date dementsprechend richtig vorbereitest was meine ich damit ich meine damit dass du beispielsweise deine Wohnung darauf vorbereitest dass du die Frau schlussendlich mit zu dir nimmst das könnte ja passieren manchmal wird es nicht klappen dass du die Frau gleich beim ersten Date mit nach Hause nimmst aber die Wahrscheinlichkeit besteht immer wenn du darauf nicht vorbereitet bist wenn deine Wohnung nicht aufgeräumt ist oder ja die nötigen Dinge in der Wohnung nicht vorbereitet sind so dass du dann mit der Frau in der Wohnung eben auch zum Sex überleiten kannst dann ist es eine schlechte Vorbereitung beispielsweise solltest du dir immer überlegen wie kann ich es schaffen dass wenn die Frau jetzt in meiner Wohnung ist dass wir schnellstmöglichst an einem Ort ankommen entweder dem Sofa oder dem Bett wo wir dann auch Sex haben können weil wenn du die ganze Zeit mit ihrem Küchentisch sitzt und redest ist es da theoretisch vielleicht auch möglich Sex zu haben aber praktisch eher unwahrscheinlich ja also da auch die Struktur schon ein bisschen vorbereiten okay welche Steps mache ich dann in der Wohnung kommen wir dann später nochmal dazu das ist eine gute Vorbereitung Nummer zwei das ist die Zeit du musst vorher abklären wie lange hat die Frau Zeit weil wenn sie nur eine Stunde Zeit hat oder nur eine halbe Stunde Zeit hat dann kannst du ja gar keine krassen Aktivitäten mit der Frau machen dann ist es halt ein kurzer Spaziergang den du auch clever strukturieren solltest damit du möglichst Erfolg hast wenn du aber weißt okay sie hat den ganzen Abend Zeit dann besteht natürlich die Möglichkeit die Frau am selben Abend auch zu verführen und dementsprechend kann man das ganze auch schon im Kopf ein bisschen vorplanen deswegen versuche auch beim Date ausmachen herauszufinden wie viel Zeit hat die Frau überhaupt und vor allem wann lege ich denn das Date lege ich das Date jetzt auf den Nachmittag 15 Uhr oder lege es clevererweise eher auf den Abend im Winter ist es vielleicht ein bisschen cleverer das auch eher zeitiger zu machen vielleicht 17 Uhr im Sommer ist es dann vielleicht angenehmer sich um 19 Uhr zu treffen ja einfach dass der Abend da ist dass man dann eben auch genügend Zeit hat um Vertrauen aufzubauen um gewisse Emotionen in der Frau auszulösen dann von den Aktivitäten in die Wohnung kommen kann dort dann noch ein bisschen Zeit verbringen kann um dann zum Sex überzuleiten wenn du jetzt das Date beispielsweise zu spät machst sagen wir mal im Winter um 20 Uhr so und dann hast du erst einen Spaziergang machst die und die Aktivität und dann willst du noch nach Hause und dann willst du dort noch Wein trinken und noch was essen und dann ist es irgendwie 0 Uhr und die Frau ist müde und will gehen und du bist noch gar nicht so weit dass sie überhaupt den Gedanken fassen kann bei dir zu bleiben die Nacht weil du die richtigen Steps noch gar nicht bis dahin vollzogen hast deswegen ja auch eine clevere Zeitgestaltung wann lege ich das Date wie viel Zeit habe ich und dann kann man die anderen Dinge planen dritter wichtige Aspekt von einem guten Date ist der Ort wo treffe ich mich mit der Frau und es ist ganz wichtig dass du dein Date so strukturierst dass du möglichst auch ein paar Ortswechsel hast dass du dich jetzt nicht in einem Restaurant triffst und dort 2-3 Stunden mit der Frau sitzen bleibst das wäre ein Genickbruch für dich das ist keine clevere Strukturierung eines Dates weil mit jedem Ortswechsel das Vertrauen mehr und mehr aufgebaut wird es kommt der Frau und dir auch so vor als würdet ihr euch schon länger kennen das ist einfach eine psychologische Sache die muss man wissen und eben auch umsetzen damit das Date eher erfolgreich ist du kennst es vielleicht du lernst jemanden Neues kennen und ihr besucht in kürzerer Zeit verschiedene Orte oder du machst vielleicht ein Kurzerlaub mit verschiedenen Städtetrips wie auch immer und es kommt dir so vor als wärst du ewig weg gewesen einfach deswegen weil an verschiedenen Orten verschiedene Sinneseindrücke auf dich einprasseln und das wiederum lässt das Ganze ja eher länger erscheinen und vor allem baut auch mehr Vertrauen zum Gegenüber auf mit dem man diese Erlebnisse teilt also bitte cleveren Ort wählen wo Ortswechsel möglich sind und Achtung wo du im besten Fall auch in der Nähe von deiner oder ihrer Wohnung bist sodass du dann eben nicht noch eine Stunde mit irgendwelchen öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto in die Wohnung fahren müsstest weil das wäre super umständlich also überlege dir welche Aktivitäten sind in der Nähe meiner oder ihrer Wohnung möglich sodass ich dann möglichst in kurzer Zeit einige Ortswechsel haben kann um dann schlussendlich zu mir in die Wohnung zu gehen und im Winter das sage ich jetzt schon mal es ist natürlich so dass es draußen unangenehm kalt ist und man natürlich auch lieber rein möchte und da bietet sich eine Wohnung die gut vorbereitet ist auch an Punkt Nummer 4 sind die Aktivitäten die du mit der Frau machen solltest wie gesagt es wäre kontraproduktiv sich irgendwo an einem Ort zu treffen und dann den ganzen Abend in einer Bar zu verbringen oder ja nur was zu essen und sich dann zu unterhalten das ist eben was was wenige Emotionen mit sich bringt und Frauen lieben Emotionen du musst also überlegen welche Aktivitäten kann ich machen sodass ich möglichst viele Emotionen der Frau auslöse weil dann wird sie diese Emotionen mit mir verbinden und sich auch eher an mich erinnern in dem besten Fall einer positiven Art und Weise so Beispiel Aktivität im Winter Schlittschuh fahren wenn du das nicht kannst hey egal dann mach halt einen Spaziergang von Punkt A zu Punkt B Punkt B ist in dem Fall die Schlittschuhbahn und du schaust wenigstens den Leuten dabei zu und das ist ja auch irgendwo lustig zu sehen wie sich die Leute da auf die Schnauze legen oder ja die kleinen Kinder die dann mit ihrem Pinguin umher fahren und du machst dann ein paar Witze vielleicht darüber über sie wie du sie vorstellst wie sie mit so einem Pinguin da rumsteuert und da passieren halt immer irgendwelche Dinge die lustig sind da kann man auch immer einen Glühwein trinken wäre jetzt eine Aktivität die sinnvoll ist im besten Fall natürlich dass du mit ihr dann auch die Aktivität ausführst und nicht nur zuschaust ich selbst kann kein Eis laufen deswegen bin ich immer derjenige der nur zuschaut aber hey wenn du das kannst richtig cool ja das ist ein bisschen unsicher das ist ein bisschen wackelig das bringt viel Freude Spaß mit sich und das werden die Frauen lieben und die werden sich ja dir so schnell hingeben damit wirst du gar nicht gerechnet haben im Vorherein das wäre zum Beispiel im Winter eine clevere Aktivität naja und da kommen wir jetzt auch gleich mal zu den Beispielen eins habe ich jetzt schon genannt was sinnvoll ist aber das müssen wir natürlich jetzt mal ganz kurz im Kopf noch durchstrukturieren also Winter Vorbereitung wir gehen mal davon aus draußen ist es kalt draußen ist es unangenehm so und wir werden dann natürlich davon ausgehen dass das Date gut läuft und dass die Frau Lust hat mit in die Wohnung zu kommen was ich häufig schon in der Vorbereitung mache abgesehen davon dass ich meine Wohnung sauber habe und das Bett so vorbereitet habe dass man dann dort einen Film zusammen schauen kann oder was weiß ich eine Runde zusammen irgendein Playstation Spiel spielen kann was auch immer dass ich sie auch schon mal so ein bisschen mental auf meine Wohnung vorbereite wie mache ich das das kannst du machen indem du beispielsweise einfach mal so ein bisschen von deiner Wohnung redest wenn ihr telefoniert oder wenn ihr miteinander schreibt ja ich mache das halt immer über Telefonat weil das sinnvoller ist es geht schneller ja ich erzähle dann ah ja ich sitze gerade hier noch auf meinem Balkon voll cool ich kann ein bisschen was von Wien sehen und ja werde jetzt gleich nochmal das und das zu essen machen und ja vielleicht am Ende nochmal eine Runde das und das Spiel spielen ja redest über ein Playstation Spiel oder was auch immer oder irgendeine Aktivität die du halt machst und redest einfach so ein bisschen über diese Wohnung ich erzähle dann immer ja voll cool ich hatte voll Glück gehabt mit meiner Wohnung dass sie so eine geile Lage hat und ich bin da auch nur durch einen großen Zufall reingekommen so und dann erzähle ich so ein bisschen was über diese Wohnung sie kann sich so ein bisschen vorstellen wie es da aussieht und ist mental schon mal darauf eingestellt okay wie sieht es da ungefähr aus und dann wird es dir viel einfacher fallen später zu sagen hey ich habe dir doch erzählt Balkon können wir uns da noch ein bisschen raussetzen ist ja stellenklarer Himmel heute schnappen wir uns eine Decke und dann können wir uns dann noch ein bisschen ja auf den Balkon mit einem warmen Glühwein setzen oder einem warmen Tee was auch immer das ist schon eine Vorbereitung ganz wichtige Sache ja so Zeitlimit ich habe jetzt die Wohnung vorbereitet sie weiß wie es ungefähr in meiner Wohnung aussieht ich lege das Date auf Winter 17 Uhr 17.30 Uhr beispielsweise treffe mich an Punkt A hole sie dort ab und wir machen einen Spaziergang zu Punkt B so Spaziergang ist schon mal was wo viele Sinneseindrücke auf einen einprasseln da kommen verschiedene Leute vorbei man kommt an verschiedenen Orten vorbei wo man drüber reden kann es ist jetzt nicht ein Ort wo nichts passiert wo man vielleicht dann irgendwann nicht mehr weiß was man sagen soll sondern es passieren ständig irgendwelche Dinge über die man reden kann und du kommst dann zu Punkt B wo im besten Fall schon die erste Aktivität auf euch wartet wenn du jetzt sagst hey bei mir gibt es keine Eislaufbahn bei mir gibt es nicht so krasse Sachen wie jetzt in Wien beispielsweise dann geht halt zu Punkt B und holt euch dort einfach einen Glühwein oder ein warmes Getränk was ihr dann dort trinken könnt oder ihr geht halt in eine Bar in die erste Bar und holt euch dort einen Wein und dann sagst du hey das ist eine voll coole Bar und da hinten gibt es ja noch eine die haben was ganz spezielles denk dir irgendwas aus bereite was vor in deinem Kopf geh also von Bar 1 zu Bar 2 hast du schon einen zweiten Ortswechsel und in der Regel sind drei Ortswechsel also Treffpunkt erste Bar zweite Bar schon vollkommen ausreichend um dann dahin überzuleiten dass man sagt okay es ist voll kalt du ich hab noch das und das zu Hause ich wollte heute das und das noch kochen kochen kochdates im Winter sind absolut sinnvoll lass uns das doch zusammen machen oder du hast schon ein bisschen Essen vorbereitet du sagst hey ich hab das und das heute gekocht sprich was dagegen wenn du noch kurz mitkommst wenn du mir versprichst dass du jetzt nicht alles weg isst dann nehm ich dich kurz mit und dann können wir uns da noch ja das zu essen machen Beispiel kochen richtig cooles richtig cooles Beispiel für ein cooles Date im Winter da stehen die Frauen drauf und kann auch zusammen einfach Glühwein oder Punsch zusammen machen das ist auch richtig geil und macht richtig Spaß und sowas muss man natürlich auch vorbereiten wenn man jetzt aus der Kalten auf einmal sagt wollen wir noch zu mir gehen und was kochen dann ist die Wahrscheinlichkeit groß dass sie sagt einem nein beim nächsten Mal vielleicht wenn du aber während des Dates ja während eurer Aktivitäten du schon so ein bisschen über das redest was du vielleicht in den letzten Tagen so gekocht hast und womit du dich beschäftigt hast was du gerne isst und sie redet vielleicht auch ein bisschen über die Dinge die sie gerne isst die sie gerne kocht dann habt ihr da schon mal einen gemeinsamen Nenner und du kannst viel einfacher später dazu überleiten und sagen hey du hast doch vorhin erzählt dass du das und das gerne isst schau mal ich hab noch die ganzen Zutaten zu Hause oder lass uns doch schnell einkaufen gehen erholen wir uns noch die Sachen und dann lass uns das doch noch schnell kochen ich hab übelst Hunger ist doch bei dir bestimmt genauso oder so und dann ist die Wahrscheinlichkeit riesig dass sie sagt ja ok lass uns das machen und wenn sie sagt du ich können wir beim nächsten Mal gerne machen dann ist das auch okay weil du musst dir vorstellen es ist eigentlich eher normal dass man beim zweiten Date dritten Date dann irgendwann mal zu sich nach Hause geht es wird oft beim ersten Mal funktionieren ja aber die Wahrscheinlichkeit ist höher dass du es beim zweiten dritten Mal so machen kannst ist doch auch vollkommen okay das ist jetzt auch ein Zeitrahmen der vollkommen angemessen ist für eine Verführung weil ja viele Männer da draußen 99% der Männer da draußen viel länger brauchen ja die treffen sich auf fünf verschiedene Dates ehe sie überhaupt mal sich trauen den Move zu bringen dass man sagt ok lass uns doch mal zu mir gehen oder zu dir gehen mach das gleich am Anfang sei so selbstbewusst versuch es wenigstens und entweder sie sagt ja lass uns das machen oder sie sagt wahrscheinlich wenn es gut war bis dahin hey das können wir beim nächsten Mal machen dann hast du wenigstens die Zusage dass du beim nächsten Mal bei dir zu Hause bist und die Verführung möglich ist ja also das ist eine clevere Strukturierung wenn sie dann bei dir zu Hause ist geht das weiter dann musst du das Ganze auch strukturiert haben wie mache ich das vom Kochen zum entspannten Sitzen wie ist die Beleuchtung ist die entspannt riecht es gut also riecht die Wohnung gut da gibt es ja solche Dinge die man sich kaufen kann so irgendwelche Flüssigkeiten wo so Holzstäbchen drin sind dass die Wohnung gut riecht wie schaffe ich es dann von dem Essen in das Schlafzimmer zu kommen oder auf das Sofa zu kommen über welchen Vorwand ja ist in meinem Schlafzimmer im Wohnzimmer bestenfalls nur ein Sofa oder eine Liegemöglichkeit da so dass man zusammen dann dort liegen muss wie schaffe ich es jetzt dass wir uns dann auch dort körperlich näher kommen habe ich vorher schon die richtigen Berührungen gebabyssteppt also im schlimmsten Fall hast du sie vorher gar nicht berührt und auf einmal liegt ihr nebeneinander am Bett das wäre halt voll komisch wenn du dann auf einmal anfängst sie auszuziehen ja das ist nicht clever strukturiert im besten Fall hast du vorher schon die ein oder andere Berührung gebracht auf eine clevere Art und Weise will ich dir jetzt nicht konkret erklären ist ein Thema für sich also Beispiel ich habe so einen Tisch den kann man übers Bett rüberschieben da kann ich meinen Laptop draufstellen da kann man auch einen Wein draufstellen ja zwei Weingläser Laptop passt da super drauf so und wenn ich jetzt sage hey ich habe letztens bei YouTube das und das lustige Video gesehen dann stelle ich den Laptop da drauf mache das Video an und lege mich natürlich so hin dass sie im besten Fall so liegt dass ich mich hinten an sie rankuscheln muss damit wir das vernünftig sehen können so dann bist du schon mal in der Situation dass du schlussendlich ja Sex haben kannst aber das sind alles solche strukturierten Dinge die du clever machen musst weil wenn du jetzt beispielsweise den Laptop nicht da hinstellst oder sie sich irgendwo hinsetzt und ihr einfach eine körperliche Distanz habt dann wird es schwieriger sein für dich dann den Move zu bringen sie auszuziehen langsam ja das meine ich damit also überlege dir welche Struktur passt zu deinem Ort wo deine Wohnung ist welche Aktivitäten kann man dort in der Nähe machen wo kannst du die Emotionen hochbringen von der Frau und wie schaffst du es schlussendlich dann eben in der Wohnung auch zum Sex überzuleiten weil es ist nun mal so wenn du mit der Frau Sex hattest wenn die Verführung stattgefunden hat dann ist die Wahrscheinlichkeit auch viel größer dass diese Frau in deinem Leben bleibt wenn du sie in eine Beziehung bringen möchtest super wenn du einfach nur regelmäßig mit ihr schlafen möchtest auch cool dann kommuniziere das dann einfach auch ehrlich wenn sie dann danach fragt was das zwischen euch ist wie man das macht da habe ich schon mal ein Video dazu gemacht also das ist auch wichtig dass du das ehrlich kommunizierst und dann wirst du es in Zukunft voll einfach haben aus jedem Date eine Verführung zu machen natürlich wird es manchmal auch nicht funktionieren da werden sich auch ein paar aussortieren aber die Wahrscheinlichkeit steigt einfach dass du coole Dates hast eine schnelle Verführung möglich ist und die Frauen auch dementsprechend in deinem Leben bleiben also überleg dir wie kannst du das hier auf dein Ort auf die Dinge die du gerne machst anpassen und dann probiere es aus finde für dich eine Routine und dann wirst du merken eigentlich kann ich diese Routine bei jeder Frau immer und immer wieder machen bei mir ist es so dass ich wirklich genau weiß wie die Dates ablaufen werden wie ich die vorherein schon plane und ankündige sodass die Frau auch ungefähr weiß was passieren wird und dann mache ich immer dieselben Dinge es klappt auch immer wieder immer super und ja dann hast du dahingehend weniger Probleme und kannst dich auf die schönen Dinge konzentrieren nämlich ja die Verführung beziehungsweise einfach ja die coolen Dates die du dann im Folge dessen mit der Frau hast nach der Verführung weil dann wird sie sich sowieso gerne mit dir treffen gut ich hoffe dir hat das hier weitergeholfen ich hoffe du kannst es anwenden und hast damit auch mehr Erfolg in Zukunft bei deinen Dates wenn du sagst hey Hendrik geil ich hätte gerne mehr Dates ich hätte gerne überhaupt mal die Möglichkeit Frauen auf Dates zu bewegen ich komme noch nicht so richtig in Aktion ich habe noch Probleme damit Frauen kennenzulernen oder ja mir fehlen einfach so diese Abläufe weil das ist jetzt ein Ablauf von ganz ganz vielen die du verinnerlichen musst ja das ist eine Schneeflocke auf dem Eisberg wenn du sagst hey ich brauche da Unterstützung dann trag dich gerne ein unter dem Video da ist ein Link da kannst du dich bewerben für ein kostenfreies Beratungsgespräch und dann werde ich dir auch zeigen was jetzt für deine konkrete Situation die nächsten Schritte sind die du setzen musst damit du Erfolg hast und ich werde dir auch aufzeigen wie eine intensivere Zusammenarbeit mit mir zusammen aussehen kann sofern ich denke dass du damit Erfolg hast deswegen würde ich sagen freue ich mich über gefällt mir wenn das dir gefallen hat ich freue mich über einen Kommentar über ein Abo von dem Kanal ich freue mich auf dich am Telefon oder in einem der nächsten Videos und wünsche dir richtig viel Erfolg bei deinen Dates die du in Zukunft haben wirst also bis dahin ciao ciao ich bin flor Micha ich bin